Setzen Sie sich auf einen Bürostuhl mit Rollen. Stellen Sie Ihre Füße unten auf dem Drehstuhl ab. Halten Sie sich mit den Händen an der Tischplatte fest und schieben Sie mit der Kraft der Arme den Stuhl so weit nach hinten wie es geht. Den Kopf lassen Sie dabei nach unten hängen. Die Stellung einen Moment halten und wieder nach vorne ziehen. Diese Übung wird fünf bis zehn Mal wiederholt. Bis zum nächsten Mal.